Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Raipe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xilla 2. In der letzten Folge sind wir ja wieder in der Illusionären Duklight herumgeschlendert. Ja, diesmal weiß ich den Namen, H. Und wir haben gegen Schattenjau gekämpft und sind jetzt nochmal durch die Gleichtür gegangen, wie im letzten Part. Und wir sind jetzt mitten in der Wüste und hier steht, besiegt sie mal, Albtraum bevor die Zeit rum ist, wenn ihr weiterkommen wollt. Die Frage ist, was passiert, wenn wir halt nicht schaffen? Ist halt dann Game Over oder so, da wäre es richtig doof. So, mal gucken. So, noch, okay. Ich weiß mal, ich muss einfach siebenmal Albtraum, okay. Dann los. Machen wir einfach alles platt. Läuft die Zeit jetzt auch vorbei? Äh, weiter. Ich hoffe ja nicht, ne? Schattenblatt. Ich hoffe wirklich, die Zeit läuft nicht weiter. Sonst kriege ich echt Stress hier. Warte mal, mit dem Lies. Irgendwie kann ich so nix auslösen. So. Hutisch, 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 hutisch. Eins, warte. Warte, wie einmal abgeschlagen und ich bin weg. So, komm mal her. Hutisch. So. Ho, ho, ho. Und leckert noch und er wird ab, sehr gut. So, Zeit. Okay, läuft nicht weiter. Was? Immer noch sieben. Bestimmte Gegner töten oder was? Albtraum mit dem meisten Gegner so. Äh, Schatten. Julius. Ähm, Schatten. Albtraum, hier. Okay. Pferde oder was? So. Da ist ein Bakura-Fisch. Leck mich. Was für ein Bakura ist, hat ein schwarzes. Verlet mich. Na auch. Wie, ich bin auch standfestig hier. Ach ne, solange meine Beine auf dem Boden sind, genau. Das vergesse ich hin und wieder. So. Komm her. Ey, was? Nein. Obwohl, doch. Ich dachte, er kippt jetzt hier voll langsam rum. Voll überlegen, was ich einsetze. Ich habe keine Zeit, Mann. Wurde ich. So. Aber was? So, das müssen wir aber noch nicht stehen, ne? Jetzt bin ich sehr neugierig. Was ist das Viech? Hi, na? Du bist auch kein normales Bakura, oder irgendwie so, ne? Schatten-Bakura. Schatten-Bakura. Boah, zum Teufel ist das groß. 190! Ja, macht uns fertig. Ich glaube, das hat wirklich nicht gegen das Viech kämpfen sollen. Obwohl, einmal meine Mystik an und das Viech ist weg. Ja, ne? Ich fühle mich nicht gegen das Viech. Oh, das war knapp. Oh. Demontische Chaos. Ja, schon jetzt gleich tot, ey. Oh, mach mal hartfisch fertig. Huah! Hör, dar, dar. Ho, ho, ho. Ich hab nur die Sonnenbrille grad gesehen, als er angerannt kam, ey. Sehr gut. 150. Boah. Das wär so gut, wenn ich jetzt noch welche hätte, ne? Also so Dingens hier. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, ey. Noch sechs Albträume. So ein Albtraum, nein. Du, komm her, komm her. Da, 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 da ist ne Kerze. So, jetzt hab ich mir mal hier irgendwie zunutze machen, hier, die von hinten anzugreifen. Ja. Weil, das könnte nützlich werden. Ist wieder nur einer. Die. Also läuft die Zeit nicht im Kampf weiter, das ist schon mal gut. So, hier muss ich noch keine Boss, äh, Dingens machen. Ja. Verbindungen. Ist jetzt egal, mit wen ich grad verbunden bin. Also der Gegner sind schnell tot. Ist aufgefallen, ist jetzt immer die gleichen Angefangen. Wollte ich doch nicht machen, eigentlich. War, die Zeit läuft, glaub ich, doch weiter. Ist die Kerze, komm her. So. Jetzt noch fünf. Leck mich. Äh. Äh. Ja, super. Boah, wat? Da ist einer. Ja, warte, komm her. Komm her. Komm her. So, das könnte klappt werden. Wenn man nach drei Minuten irgendwie die Hälfte haben, dann ist es eigentlich gut. Alles so ein Gefühl. Können wir mal ruhig mehr als nur einer kommen, ne? Das ist ja nicht gerade sehr, äh, toll, ne? Au, wat? Woll. Ey, ich warte grad einsetzen. Ich leck mich hier schon, äh, leck mich. Ich kratze mich hier schon so gemütlich an der Nase. Denk mir, boah, jetzt machen wir den fertig und dann kommt die auf einmal. So, mach mal ganz schnell. Ich geh kein Risiko ein. Äh, hier war noch irgendwie hier. Das soll ich nicht machen. So, noch vier Stück. Da. Reinen sich das letzte Dingern. Ja, 5,60. Ich muss mal gucken. 5,14, 5,13, 5,12, 5,11. Okay. Jetzt gucken wir mal. Ich bin nicht so ganz unter Druck. Bin, ist schon. So. Beschrieben und so. Hab ich jetzt gesagt, 5,11, ne? Hey, ich kann deine Flamme sehen. Boah, 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 weißt wo du bist. Boah. Wie meine PS3 geht voll ab. So, ich bin mir jetzt gerne... Sehr gut. Hab' ich auch noch nicht gesehen. Na, wat? Die Zeit geht weg. Vorbei, wat? Willst du mich auf den... Das letzte Dingern. 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 Ich hab's aus den Augen verloren. Verdammt. So, von da kam ich. Da. Da ist der nächste Viech. Perfekt. Bams. Ups. Kein sieges Salto. Mach schnell, ey. 4,02. Oh, hier sind zwei. Sehr gut. Bams, Bams. Komm her, ich töte dich. Ich muss dich töten. Weil meine Mission es sagt. War weg. Und also Edge. Na, Demon Fang. Doppel, also Demon Fang. Warum gibt's keinen Azur Demon Fang? So. Jetzt noch eins, eins, eins. Wäre jetzt natürlich richtig doof. Och. Wenn ihr wirklich exakt sieben rumlauft. Wie, zwei. Ich hab noch zwei erledigt. Ich hab gerade noch drei. Wäre natürlich jetzt blöd, wenn ihr exakt nur drei, äh, sieben von den Viechern rumlaufen. Das wäre richtig doof. Okay, ich glaub bei ihm war auch schon der nächste. Letzte, meine ich. Aber egal, das schaffen wir schon. Ja. Keine Ahnung, warum er zu stark ist, aber okay. Nein. Das ist ja irre. Mach ja schon der fertig. Oh, meine verdammte Dingens, ey. Meine Grenzüberschreitungsleiste. Oh. Ladies. So. Ne, das ist nicht das, wie ich. Ich dachte. Das ist auch noch irgendwo eins. Jeder ist da nicht. Oh mein Gott. Zwei Minuten, vierzig. Das Schöpfchen hier im Leben. Äh. Äh. Komm schon, komm schon. Soll mal gucken, wo überhaupt noch Gegner sind. Hier sind gar keine mehr. Und du bist jetzt hier hinter. Genau. Hier. Wo? Da? Ne. Verdammt. Dann. Hier. Verdammt. Äh. Dann. Äh. Hier. 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 Sehr gut. Das wird aber irgendwann viel schwieriger. Hier sind zwei. Leckt mich. Wenn ihr beiden zählen würdet, ne? Komm her. Boah. Voller Wackel. Ich glaube, der Ange von Geist ist doch schon allein stark genug. Voll schön aus der Attacke. Ich glaube, ich glaube, ich habe irgendwie nicht bewegen. Ich war so fasziniert von der Situation. So, können wir jetzt weiterkommen? Sag mal nicht, das muss ich jetzt auch noch in der Zeit finden. Okay, ich wollte schon sagen. Ja, dann gehen wir da lang. Oh, das Licht. Keine Ahnung, ist die Meride. Erinnert mich an irgendwas. Ich weiß noch nicht, was. So, was hat noch irgendwie gefehlt im Spiel. So eine Wüstenebene. Hätten sie ruhig auch einbauen können. Warum gibt es die nicht? Na. Viermal alte Glocke. Warum nicht diese Ex? So, dann. So. Heilung, bitte. Wart, alle. Alle. So. Ähm. Wir holen uns mal wieder ein Gericht. Jetzt kommt wahrscheinlich der schwierige Kampf, ne? So, jetzt nochmal gegen Zhao oder gegen Elise vielleicht sogar. Ich hoffe, ich gehe gegen Elise. Okay. Will ich das wahrscheinlich jetzt immer so machen. Habe ich das Gefühl. Elise hat 125. Fangen wir mal so an. Nein, das war blöd. Aber Elise als Gegner ist, glaube ich, nicht so schwer. Wie jetzt schon. Hm. Nix da. Abgebrochen. Oh mein Gott, das sieht so wenig aus. Oh, er sieht cool aus. Ptsch. Ja, das sah schon mal gut aus. Oh, sie ist betont. Wann hat die Null? Oh, okay. Warte. Sehr gut. Äh, ich sollte vielleicht mit jemand anderem verbunden sein. Zum Beispiel mit Elise. Damit die anderen auch von Standfestigkeit profitieren können. Wir sind alle vergiftet. Wartelt es sie oder wir? Ja, ne, sie kann ja heilen. Obwohl, sie kann auch zaubern, das heißt. Sie ist, äh, Wart? Sie ist, äh, wie nennt man das? Predictable. Ja. Kann man jemand... Ach, ne, kannst du nicht. Wart war knapp, ich hab grad zu geil ausgewechselt. Wollte noch Dämonen-Fang einsetzen. Tut mir ja leid, dass ich irgendwie Elise wehtun muss, aber wir haben ja die echte Elise. Und das ist auch schon viel besser. Es gibt nur eine Elise. Okay. Mit dem Angriff bring ich nichts zustande. Ja, mit dem Angriff bringt es auch. Pssst. Okay. Das hat aber auch abgezogen. Ich soll mal hier zum Hammer wechseln, fällt mir grad auf. Geht weg. Nein, was macht ihr da? Geht weg da. Oh Gott. Elise, das wird wehtun. Ja. Oh man. Elise gegen Elise. Was soll dat? Autoratzei die ganze Zeit. Er hat ja fast gar nichts abgezogen. So, brenn mal. Bitte. Wie gesagt, wir haben die einzig wahre Elise. Deswegen tut es mir auch nicht so sehr leid. Im Kolosseum allerdings schon, wenn wir dagegen die Echte kämpfen müssen. Und sie brennt. Brennt kleines Mädchen. Ja man. Geh weg. Und das kann dann sofort tun, oder? Ja, irgendwie schon. Und so. Und so gab es mal so viele Heiler. Ja. Ich. Papa. So sagen wir mal. Mach ich nichts. Wenn wir noch nicht viele benutzen. Also können wir ruhig mal einen benutzen. So sehr gut. Au. Was? Nein. Ich kann es ja auch hochhalten. Aber ich genau. Jetzt wollte ich es nicht machen. Ich wollte es denen machen. Dsch. Oh nein. Jetzt ignite Terror. Ja. Oh nein. Komm ich schütze euch. Verdammt. Ja da war es schon. Aua. Buh. 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 Boah. Buh. Buh. Ähm. Wird gar. Mach kein Quatsch ey. Hilfe. Vielleicht ist mein Dings wieder. Aua. Mein äh. Nein. Vielleicht ist mein Dings wieder aktiv. Hier mein Quartus. Warum vergesse ich die ganze Zeit wie er dreist. So jetzt bitte ein bisschen Kombo. Danke. Sehr gut. Wird nochmal oder irgendwie sowas. So. Sehr gut. Nein. 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 Sie kann fliegen. Das heißt diese Fähigkeit womit man äh während der Art Benutzung fliegen kann oder wat. Oh noch getroffen. Ich dachte nicht das hat so funktioniert. Der Elf hat ja schon längst reingepackt. Oh die steht direkt wieder auf ey. Mein Gott ist die Knallart. Und weg. Ich komme jetzt irgendwie nicht klar. Ist das jetzt unser Dark Visitor oder ihr? Er verwirrt mich jetzt. Oh Gott. Bedeutet das rote Ding nochmal. Ich glaube der blaue. Das bedeutet das man keine Fertigkeiten oder so mal aktiv hat oder so. Ich weiß es aber nicht mehr. Oh Gott. Du hast sie jetzt nicht dadurch hochgehalten oder? Verdammt. Guys macht's doch fertig. Und ich glaube sie hat sich auch nicht dadurch hoch. Hier geblieben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt fängt die ganze Zeit. Ich glaube immer durch den angeholt. So. Und zack. Und du kannst gar nicht auch. Und was für ein geiler Abschluss. Ich glaube ich habe jetzt zwei Level wieder bekommen. Oder eins mindestens. Sehr gut. Perfektes Training für den Silabronkh. Und ich habe wieder nichts bekommen. Was? Oder kriege ich ja später was. Vielleicht geht es noch weiter. Das wäre richtig doof. Zum Eingang. Ja klar. Verdammt. Ich habe mit ihr nichts bekommen. Was soll denn? Oder warte mal. Nee. Verdammt. Haben wir das Buch irgendwie nach dem Kampf bekommen. Ach er hat das hier so bekommen. Okay. Man bekommt bei ihr nichts. Na egal. Ja wir haben zwei Level dazu bekommen. Warte mal. Ich habe schon ein Leben plus und also was. Er braucht keinen Ausdauer mehr. Und er braucht auch eigentlich nicht mehr Ausdauer. Ich gucke euch das an. Ähm. Ja. Sehr gut. Komm uns ja mal hier. Ich fache nur wann das irgendwann zu Ende ist. Habe ich nur eine bestimmte Zeit wo ich das machen kann? Schlüssel ist Cressnake. Talia. Die Verschleierte. Agent Alleskönner. Einsamer schwarzer Flügel. Ikithalka. Anfordernder Patriarch. Extrate. Film Fatal. Mademoiselle Travis. Wegweiser Pionier. Gibt es ja irgendwas was voll wenig kostet außer dem Zeug hier. Das Zeug. Held von Neustadt. Neustadt. Ja doch Neustadt. Neue Stadt. Linsenjäger. Hm. Schlüssel ist Cressnake. 50 Wegweiser Pionier. Einhornpriester. Was ist das? Ja ich habe voll Bock jetzt irgendwie auf das Gebiet hier. Okay hier geht es zum Eingang. Immer gerne wir speichern und mich neu ausrüsten und so. Aber jetzt ein Horn ist einhorn zu bauen. Ich guck mal irgendwie hier nach. Aber warte mal. Das müsste doch irgendwie auf der Karte dann sein. Hier am Xylentempel. Wenn ich das habe, dann wird das hier eingezeigt glaube ich. Aber jetzt eine bestimmte Lütka, Elvin und Leia. So. Wieso näher Dunkelheit. Ich komme da einfach importen. Sehr gut. Aber nicht raus. Nein, da ist auch gar nicht in den X-Zeilenwellen. Da war doch das mit Pluto. Boah, wo muss ich denn dann hin? Fan mount Hauptplatz. Äh, ist aber nicht, ne? Hm. Nö. Nö. Okay. Oder? Nö, anscheinend nicht. Okay, anscheinend nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück nach Drelin. Und gehen dann in der nächsten Folge wieder in die illusionäre Dunkelheit. Weil einfacher kann es ja eigentlich nur noch werden. Nö, wir werden ja mal stärker. Sehr gut. Dann, äh. Äh. Boah, ich muss immer gucken, wo das Ding ist, ey. Dann sage ich, ich beende den Part hier und wir sehen in der nächsten Folge von Let's Play. Tales of Xilla 2. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Do ja, ich bin mine. Drei. Dann machen wir uns alle, dass wir sehr発想. Ich bin es ebenso. Vielen Dank.